ARD Text im Auftrag von Funk Du musst hier um den Link suchen Ah, da Genetik-Experiment Sonst aus der Galerie 19 Scheneb-Doim Du kannst gleich mal Ähm Ich will jetzt grad nicht unter der Natur durch ankommen Mhm Dann klickt jemand an, ah genau Schreib aber meinen Namen mal rein Warum bin ich denn schon wieder so dick? So Du hast jetzt auch Palmen Na ja Na aber wir sind ja eigentlich eine Wege Na ok, dann sind wir halt Schwestern Das bedeutet Haha Nice So erstmal schön Achso, du wolltest nicht mit denen anfangen? Achso, na gut geht auch Ich hab die immer zu schluss gemacht Achso, ja Deswegen Was machen wir? Essen Wir sind Sport und Sport nicht Ja Sport auf jeden Fall Ich möchte Musik machen Musik machen So Ich bin hier Fang mal vorne an Bei dem ersten Ähm Ich denk mal Kreativität gehört dazu Muss jetzt ja Ja Und auch hier das ähm Musiker Oh Mhm Da 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 Ja Ich bin ja Chaote da Ja das stimmt Ich bin nicht böse Ich mag kaum Haare Und ich mach mich gleich Gesellig oder? Gesellig würde ich sagen Achja Ja Ja Das ist okay Okay Mach erstmal deine Haare Du kannst dich jetzt das Outfit erst machen Das ist doch gut Gut Soll ich mich das schon aussehen? Die Gute Böse Guck Such mal erstmal lange Haare Oder? Ich weiß nicht welche Wie lange Ja Ja Das gefällt mir schon Das passt ja Ja Nee Nee Gut das eigentlich Ja gut Das ist am ehesten Ja Nimm mal das Okay So ist es jetzt überall so Mal durchgucken Na du könntest es jetzt ändern Direkt Ja ich könnte es jetzt ändern Ich muss mal gucken Oh Gott Ja ich kann mir auch so gut Spock machen Das riecht Ja Ja ich kann mir auch so gut Spock machen Das riecht Ach ne du hast ja Okay Du hast ja Deine Flocken Da sind drei Schnarchen. So. Ah, wie gut. Ja, und? Soll ich mich jetzt wieder zurück? Ja, da auf. Würdest du nicht dein Gesicht erst mal machen? Ja, mach ich. Du machst mich auch schwach. Was ist denn ihr? Nicht Haare. Hatten wir doch schon. Ja, ist doch gut. Lass mich das mal hier durchgucken. Wo? Ich weiß es nicht. Geht ja hier nur um die Sichtform. Ja, ist doch gut. Wenn der Augen anpasst, du weißt. Ja. Mit grünem Auge. Das Böbelkreis ist grün. Das gefällt mir auch. Ja, auch das Böbelkreis. Das Böbelkreis ist grün. Das so? Ja, weiß nicht. Schwierig bei den Augen. Ja, ich finde das. Das gefällt mir ganz gut. Ja. 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 Sieht ein bisschen aus wie Aikali. Bisschen ja. Gut. Nein, ich bin nicht Aikali. Achso. Und noch würde ich sagen, oder? Achso. Die habe ich bei mir gar nicht angepasst. Doch, du hast angeklickt, oder? Ne, eigentlich nicht. Achso. Achso, du hast nur die Farbe. Ja, du hast nur die Farbe gemacht. Ne, ich sehe ein bisschen skeptisch aus. Was gibt es noch für welche? Jetzt können wir mal gucken. Ne. Aber nicht wirklich. Die finde ich eigentlich. Der? Ja. Okay. Aber eine andere Farbe, oder? Ne, ich müsste schwarz lassen. Na, okay. Aber das sieht so gummisch aus, wenn ich das drauf nehme. Na, das nicht. Aber ich meine, das. Obwohl, ne, das schwarz kommt. Okay. So darf ich jetzt. Warte, man ändert sie doch nochmal. Was jetzt? Passt noch nicht. Die Augenbrauen, oder? Ja, Augenbrauen. Ne, das nicht. Gib mal das an. Das ja? Ja. Das ist doch okay. Das ist okay. Ja. So. Du kannst hier dann durchgehen am besten. Ja, genau. Ja. Ja. Eigentlich hab ich keinen Schatten drauf. Ja, nicht. Aber das kann ich eigentlich so lassen. Das ist gut. Ich lass das jetzt so. Mhm. Wangen hab ich nicht. Also, hab ich schon auch. Will ich nicht. Ey, irgendwie gibt's keine Wimperntusche, oder? Oder seht ihr das? Gab's das nicht. Bei The Sims 3 gab's das aber auch nicht, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht so. Überhaupt hab ich mich da nicht aufgehalten bei... Make-up. Ja, genau. Immerwann nicht. So. Pulle hab ich nicht. Jetzt kannst du endlich. Wenn's keine Einwände mehr gibt. Mach's gut. Ja, okay. Ne, machen. Hm. Ich hab schon mit normalen Begleitungen gelesen. Ich hab schon mit normalen Begleitungen gelesen. Ein Problem. Ich möchte gar nicht mehr kurz machen. Eigentlich müsste es die sein. Mit dir? Ja. Ja. Hm. Ich kann mir nicht helfen. Die sieht aus wie Eichholi. Keine Sache. Klau. Ja. Ja, natürlich. Oh. Hoppla. Was ich noch nicht so ganz verstehe. Der Regler für Gewicht ist jetzt bei der Mitte. Vor allem die ist Spindeldürmer. Ja. Ich weiß nicht, ob die in der Mitte... Mach mal runter. Ganz runter. Ha ha! Fando! Oh Gott. Okay. Oh. Oh. Aber siehst du das? Nur die Hüften und Hüften verändern sich. Ja. Also da wird die Teil der Ball bleiben. Oh, die Sims... Das kannst du noch einzeln anpassen. Hast du hier gesehen? Ja. Das sieht doch schon ein bisschen ganz schwer aus. Ja. 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 Ich hab mich ursprünglich keine Vorhinein. Nee. Warte. Das sieht doch schön aus. Du hast schon mal das gleich an wie sie und wie ich anhat. Das ist doch okay, oder? Das gefällt mir auch ganz gut. Hm? Ha. Die beiden Bekleidung... Also lächeln ich vor allem. Ich hab jetzt gerade auch Badebekleidung gelesen. Ja. Wo ist das? Access Wars? Ja. Access Wars. Irgendwie komm ich überhaupt noch nicht ganz gerne an. Mhm. Achso. Ja. Das ist aber traurig denn dementsprechend nicht. Das ist doch gelb. Nein. Du bist... Komm schon, du wüsstest gelb. Das sagt mir. Das ist ein Insider. Können wir leider nicht so drüber reden, aber es war äußerst witzig. Die passen eigentlich, oder? Ja. Mhm. Finde ich auch gut. Mhm. Ja, Notenstiefel. Ja, Noten noch nicht. Ja. Und dann fandest du die bei so einem Dreieck gab es auch welche. Die gingen bis hierher. Die waren ganz geil. Ich hab die erlebt. Aber da waren halt Notenstiefel. So iconi. Wie ist das? Ja. Genau. Bitte. Genau so. Nein, das machst du nicht. Warum denn? Nein. Wenn ich nicht durfte... Ich hab ja nicht so... Du darfst... Ich hab... Guck mal, das ist ein Hochzeitskleid. Das ist ein Abendkleid. Ja, aber das ziehst du nicht an. Ja, und? Guck mal, so ein ähnliches hatte ich doch bei der Hochzeit an. Ja, das stimmt. Ja, aber kannst du Farbe noch anpassen? Die Brühe, das ist eigentlich jetzt schön. Ja, okay. Ja, okay. Ich hätte eigentlich Flipp-Tops an. Äh, Flipp-Tops sag ich schon. Ballerina? Ballerinas, genau. Du kannst... Ja, genau. Na, Wahnsinn. Mhm. Mhm. Ja. Das geht so, ja. Ja, genau so. Ich hätte brauche noch eine Tasche. Wenn es jetzt die Tasche noch dazu gibt, finde ich das gut. Ne, Tasche gibt es noch. Ach, Tasche kannst du nicht. Ach, stimmt. Schade. Die darf man nicht eingefüllt haben, das ist schade. No, Moment. Ja. So. Next please. Sportkleidung. Ja. Weil ich auch so sportlich bin. Okay. Ich kann mir das auch fast lassen. Na, nur Schuhe anpassen. Ja, ich sag mal. Aber ist das eine Jeans? Ja, das habe ich jetzt auch gerade überlegt. Das ist eine Jeans. So passt das eigentlich schon. Ja. Mhm. Schwarz hat die besser. Ja. Schwarz hat die besser. Schwarz hat die besser. Ja. 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 Fertig. Angesickert. Och. Ich mache jetzt mal deine Brille weg. Oh, ich habe meine Brille. Ja, stimmt. Ich habe meine Brille. Du kannst ja hier einfach auf X klicken, oder? Ne, das war bei Musa's Gesicht oder so. Also das. Okay. Ah. Bei was sind wir jetzt immer schlafen? Ne? Okay. Ja, komm. Okay, Shades of Grey. Ja. Übrigens ist ein geiler Film. Ja. Das haben wir gestern geschaut. Der war gut. Also ihr könntet ja mal raten, welche ihre Lieblingsfarbe ist. Also ich glaube, das merkt man kaum. Nein, nein, nein. Ich habe das bis einmal genommen. Du hast bisher alles in grün ausgesucht, was euch wie möglich war. Das ist nicht grün. Ja, okay. Das ist nicht grün. Aber deine Augen sind schon mal... Ja, komm. Ich habe braun-grüne Augen. Entschuldigung. Ja, ja, ja. Hm? Ich habe einmal grün genommen. Jetzt wähl deine Sachen. Jetzt wissen sie es natürlich. Toll. Das ist süß. Ja. Ja. Das ist süß. Ja. 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 Passt sehr gut. Ja. Ich finde schon. Das ist in blau. Guck mal die in blau. So. Hm. Ja. Gut. Ja. Gut. Oh, das ist doch gut. Ja. 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 Und das vielleicht hier. Ja. Und das vielleicht. Das zweite. Und dann eine andere Form. Ähm. Ne. Geh mal auf. Die. Gut. Ich hab was vergessen. Ich wollte ja noch Tattoos haben. Du musst ja noch mal zur Anpassung hier. Geh mal aufs erste. Na gesichtete mir. Hier oben war das. Körper und dann... Jo, bis es weiter. Du hast ja gesagt, du würdest ja alles zu kleistern, ne? Warum? Wie macht das? Na man, ich find das schön. Okay. Jetzt hast du das vorne übrigens... Habe ich jetzt eigentlich alle, die ich... Ne, du hast ja nur hinten ganz viele angeklickt. Ich find immer noch, wir sollten den Namen anpassen. Also willst du einen anderen Namen anpassen? Ja, du, nicht ich. Der passt gleich zu dir. Ja. 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 Okay. Vielleicht sind das aber auch mehrere Teile geworden. Das seht ihr ja dann. Okay, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir vielleicht uns ein Haus bauen. Okay, alles klar. Tschüss.